Als André einen verlassenen Welpen rettete, hätte er nie gedacht, dass er einige Monate später entdecken würde, dass es sich nicht um einen Hund handelte und dass er sein Leben komplett verändern müsste, um das Tier zu behalten. André Musenko lud gerade seine Einkäufe ins Auto, als etwas im Fahrzeug nebenan seine Aufmerksamkeit erregte, es war ein kleiner Käfig mit einem Welpen darin. Das Tier wirkte so traurig und niedergeschlagen, dass es André's Herz sofort berührte, aber gleichzeitig war der Welpe wunderschön, mit weichem Fell und süßen Augen, die ihn sofort eroberten. Als der Besitzer des Fahrzeugs zurückkam, blieb André in der Nähe, um mit ihm über den Welpen zu sprechen und zu fragen, woher er kam. Die Antwort des Mannes war jedoch alles andere als gut. Der Hund war in der Nähe seiner Farm ausgesetzt worden, und er erklärte, dass der Welpe trotz seiner Bemühungen und der seiner Angestellten sich weigerte, wegzugehen. In der Nähe der Farm gab es eine große Straße, wo oft unerwünschte Tiere ausgesetzt wurden. Sie konnten nicht alle halten, aber sie versuchten immer, gute Zuhause für sie zu finden. Doch dieser arme Welpe hatte den Bauern verärgert. Hungernd und ohne Familie, die sich um ihn kümmerte, schien das Tier zu jung zu sein, als ob es immer noch von seiner Mutter gefüttert werden sollte. Auf der Suche nach Nahrung brach der Welpe in den Hühnerstall ein und tötete mehrere Hühner, während andere vor Schreck durch die Invasion starben. Der Bauer, der ohnehin schon wenig Ressourcen hatte, war von dem Verlust am Boden zerstört und wollte sich des Welpen entledigen, fand aber nicht den Mut, es selbst zu tun. Stattdessen beschloss er, ihn zum Tierarzt zu bringen und zu bitten, ihn zu einem niedrigen Preis einschläfern zu lassen. Diese Geschichte berührte André, der nicht zulassen konnte, dass der Welpe nur wegen seiner Einsamkeit und seines Hungers getötet wurde. Das Tier folgte lediglich seinem natürlichen Überlebensinstinkt. André wusste, dass er handeln musste, und bot an, den Welpen zu behalten. Er war sogar bereit, dem Bauern zu helfen, einen Teil seiner Verluste wieder zu langen. Einen wunderschönen Welpen und eine so dringend benötigte Gesellschaft zu haben, schien die perfekte Lösung für beide zu sein. Der Mann stimmte zu, solange er den Hund nie wieder auf seinem Grundstück sah. André hielt den Welpen fest und spürte, wie sein Körper sich entspannte. Der Kleine musste Angst haben, und es war offensichtlich, dass er dankbar war, in diesem entscheidenden Moment gerettet worden zu sein. Jetzt musste André nur herausfinden, wie er mit einem Welpen umgehen sollte, den er nicht geplant hatte. Zu diesem Zeitpunkt lebte er in einer Wohnung ohne Garten, was die Situation ein wenig komplizierte, aber mit der Zeit gelang es ihm, genügend Platz zu schaffen, damit der Hund drinnen spielen konnte. Er nannte den Hund Aquila, und bald entwickelten die beiden eine starke Verbindung. André wusste nicht, ob es daran lag, dass Aquila verstand, dass er ihn gerettet hatte, oder ob es etwas Tieferes zwischen ihnen gab, aber er hätte nie gedacht, dass ein Hund auf so intensive Weise sein bester Freund werden könnte. Die beiden hatten viel Spaß zusammen, aber André musste sicherstellen, dass Aquila genug Bewegung bekam, um zu verhindern, dass er frustriert oder sogar ein wenig zerstörerisch wurde. Aquila liebte es, Andrés Mützen und Sweetshirts zu stehlen, aber er ging nie sorgfältig mit ihnen um. Er biss in die Mützen, während er die Sweetshirts als Bett zum Ausruhen benutzte. Trotz all dieser Energie dachte André, es wäre schwierig, ihn zu trainieren und ihn während der Spaziergänge zu kontrollieren, aber der Welpe erwies sich überraschend ruhig und gehorsam. Aquila hielt mit André bei den Spaziergängen durch die umliegenden Wälder mit, bis er andere Hunde sah. In diesen Momenten verlor er völlig die Kontrolle und wollte mit allen Hunden spielen, die er traf, selbst mit denen, die kein Interesse hatten. Es war adorabel anzusehen, und die Leute lobten immer das Verhalten von Aquila. Er war ein besonderer Hund mit vielen Talenten, aber es gab ein kleines Problem, das André zu bemerken begann. Aquila hörte nicht auf zu wachsen. Im Laufe der Zeit wurde er riesig. Sein schwarzes Fell wurde noch dicker, und er verwandelte sich in einen wunderschönen erwachsenen Hund. Doch Aquilas Größe erschreckte viele Menschen, was André Sorgen bereitete. Er fragte sich, ob das übermäßige Wachstum des Hundes für eine Rolfart normal sein könnte, aber selbst er begann zu zweifeln. Hatte Aquila vielleicht eine arthormonelle Störung, die ihn so wachsen ließ? Obwohl er fürchtete, was der Tierarzt sagen könnte, wusste André, dass er herausfinden musste, was mit seinem besten Freund los war. Er hoffte, dass alles in Ordnung war und Aquila nur ein sehr großer Hund war, aber das war nicht das, was der Arzt offenbarte. André brachte Aquila zum Tierarzt, und als sie mit dem Welpen eintraten, schrie die Krankenschwester, sobald sie das Tier sah. André wurde gebeten, in einen anderen Raum zu gehen, aus Angst, dass Aquila andere Tiere oder sogar die anwesenden Menschen verletzen könnte. André wusste, dass Aquila nicht gefährlich war, aber er zog es vor, nicht zu diskutieren. Obwohl Aquila erst einige Monate alt war, war er bereits größer als viele große Hunderassen. Anfangs glaubte er, der Welpe sei das Ergebnis von zwei reinrassigen Wolfshunden, aber einige Monate später würde er entdecken, dass seine süße Gesellschaft kein Hund war. Als der Tierarzt den Raum betrat und Aquila sah, lachte er über das riesige Tier, das mit dem Kopf auf Andrés Schulter ruhte. Es war offensichtlich, dass Aquila seinen Besitzer liebte, aber alles stand kurz davor, sich zu ändern. Die gute Nachricht war, dass Aquila unglaublich gesund war, ohne irgendwelche körperlichen Probleme. Die andere Nachricht jedoch war, dass Aquila kein Hund war, sondern ein Wolf. Genauer gesagt, ein reinrassiger kanadischer Schwarzwolf, ohne irgendeine Hundenote in seiner Abstammung. Wie er auf die Ländereien des Bauern gelangte, war ein Rätsel. Vielleicht hatte seine Herde ihn aus irgendeinem Grund zurückgelassen, oder jemand hatte versucht, ihn zu züchten und sich später des Fehlers bewusst geworden. Unabhängig von seiner Herkunft kreuzten sich die Wege von Aquila und André, und er hatte den Wolf wie einen Welpen aufgezogen. Zu sagen, dass André schockiert war, wäre untertrieben. Aquila zeigte niemals Aggressivität und, abgesehen davon, dass er Fleisch den Trockenfutter vorzog, hatte André niemals den Verdacht, dass er kein gewöhnlicher Hund war. So zahm wie er war, hätte Aquila nicht in der Natur überlebt, wenn er zu diesem Zeitpunkt freigelassen worden wäre. Gleichzeitig wusste André, dass er den Wolf nicht weiterhin wie einen Haushund behandeln konnte. Die Situation war nicht vollständig negativ, würde aber ihr Leben verändern. Der Tierarzt informierte André, dass er die lokalen Wildtierbehörden kontaktieren müsse, und niemand wusste genau, was entschieden würde. André lebte in einem Wohnhaus in der Stadt, einem ungeeigneten Ort für einen Wolf, besonders für einen so großen wie Aquila. Darüber hinaus lebte Aquila im Garten eines anderen, lief zwischen Menschen umher und spielte mit Haustieren und viel kleineren Kindern. André musste einige Änderungen in seinem Lebensstil vornehmen, wenn er mit seinem besten Freund zusammenbleiben wollte. Die erste notwendige Maßnahme war, den Wolf aus der Stadt zu bringen, da es nicht erlaubt war, ein wildes Tier dort zu halten. André verkaufte sein Haus, sammelte all seine Habseligkeiten und Ersparnisse und erwarb ein kleines Grundstück, das besser geeignet war, um den Wolf zu halten. Auf dem neuen Grundstück hatte Aquila viel Platz zum Laufen und Spielen. In kurzer Zeit hatte sich sein Leben komplett verändert, aber der Mann und das Tier blieben sich völlig verpflichtet. Und das ist etwas, das sich nie ändern wird. Was für eine unglaubliche Geschichte. Hättest du Aquila behalten, nachdem du seine wahren Ursprünge entdeckt hast? Würdest du alles hinterlassen, um dich um Aquila zu kümmern? Erzähl uns in den Kommentaren. Lass dein Like da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.